ja hallo und herzlich willkommen wieder zum neuen video im heutigen video geht es um die effizienz von leistungsverstärkern leistungsverstärker sind typischerweise also im englischen werden die auch als power amplifier abgekürzt die haben typischerweise den höchsten leistungsverbrauch im gesamten radio frequency frontend und daher ist die effizienz also eine hohe effizienz von den leistungsverstärkern in der regel sehr wichtig weil wenn die effizienz schlecht ist dann bedeutet das dass wir viel leistung in wärme umsetzen und häufig ist halt bei hochfrequenz technischen schaltungen die fläche die zur verfügung steht um diese hitze diese diese wärme zu handeln sehr klein also typischerweise hat man integrierte schaltkreise die einfach nur ein paar millimeter im quadrat groß sind und da wenn dazu viel leistung sozusagen in wärme umgesetzt wird dann kann es schnell passieren dass diese chips kaputt gehen deswegen gibt es zwei größen der effizienz einmal die drain efficiency also im englischen drain efficiency genannt und die power added efficiency wobei die power added efficiency die deutlich wichtigere und meistens genutzte größe ist weil sie halt einfach noch etwas detaillierter etwas genauer die eigentliche effizienz des verstärkers abbildet ja kommen wir zur drain efficiency die drain efficiency ist recht einfach definiert einfach aus der leistung die am ausgang anherrscht also die ausgangsleistung geteilt durch die leistung die man benötigt um den verstärker zu treiben also die die dc leistung und wenn man zum beispiel jetzt eine ausgangsleistung von 1 watt erzielt und eine drain effizienz von 30 prozent hätte dann würde das im prinzip bedeuten dass 2 watt also mindestens 2 watt bisschen mehr sogar an leistung die man an dc leistung reinsteckt ja in wärme umgesetzt werden würde also dann wäre hier die dc leistung in dem beispiel ungefähr drei watt das ist jetzt nur so grobes beispiel bei der power added efficiency da nehmen wir noch die eingangsleistung mit dazu und berücksichtigen die auch das heißt von unserer ausgangsleistung ziehen wir noch mal unsere eingangsleistung ab und teilen das durch die leistung die wir noch an den verstärker anschließen um den verstärker zu treiben durch die leistung die wir zusätzlich rein stecken das ist deutlich kompletteres komplett plättere größe weil wenn wir zum beispiel eine ausgangsleistung von 1 watt erzeugen aber die eingangsgröße war vielleicht schon milliwatt nicht milliwatt ein halbes watt haben also lediglich unsere leistung verdoppelt dann würde das in der tatsächlichen effizienz die wir für den verstärker hatten hätten weil wir diese zusätzliche diese leistung verwenden ja würde das gleich die die effizienz halbieren das jetzt auch ein extremes beispiel ein verstärker mit drei db gain ist typischerweise ein sehr schlechter verstärker außer man ist vielleicht in sehr hohen frequenzbereichen in mehreren hundert gigahertz bereich ist das vielleicht dann schon wieder was anderes mit dem heutigen stand der technik ja so viel eigentlich zu den beiden definitionen man sollte beide kennen vor allen dingen die power added efficiency also immer wenn man in der literatur mit verstärkern zu tun hat dann interessieren eigentlich mal zwei größen das zum einen die ausgangsleistung an sich wie viel leistung konnte man erreichen und was bei was für einer pia und typischerweise versucht man hier diesen pia zu maximieren und je nach technologie die man verwendet zum beispiel silizium germanium oder gallium arsenide oder gallium nitrit ja hat kann man verschiedene maximale pia erreichen bei leistungsverstärker hat man häufig seine 35 halbleiter verbindungen weil einfach silizium alleine oder in der verbindung ja nicht diese guten leistungswerte mit die bei diesen effizienzen bringen kann ja wenn es noch fragen zu der effizienz gibt dann stellt die gerne in die kommentare und dann bedanke ich mich fürs zusehen und bis zum nächsten video